Spaß ist da! Jungs! Bamm Junge! Jetzt werden die 200er verteilt! So'n Ding nämlich! Bamm Junge! Ich hab ne Spaß, ne Goldene! Du Loser! Ich kann nicht mal sprechen, Alter! Hey Freunde! Fix hier! Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Wir sind gerade live am Start. Chat ist auch dabei. Moin Chat, was geht? Schreibt mal alle Hallo, Hallo, Hallo! Hallo YouTube, was geht, was geht? Leute, die alte Pump ist zurück in Fortnite! Oh mein Gott, sie ist da! Aber ich muss euch enttäuschen, sie ist nur in dem neuen Modus hautnah, beziehungsweise in dem alten Modus hautnah. Nachdem Fortnite die anderen Modi kaputt gemacht hat, müssen wir jetzt den Modus hautnah spielen. Leute, wir spielen eine Runde hautnah und schauen, dass wir ein paar Kills hinbekommen und benutzen auf jeden Fall die alte Pump. Mal schauen, ob ich noch mit der alten Pump spielen kann. So, und wir landen natürlich hier unten. First Drop. Let's go! Leute, das wird First Trial On-Stream-Aufnahme, okay? Belieft einfach nur. Oh, ich bin tot. Doch nicht. Bamm Junge! Jungs, die haben den Modus auch kaputt gemacht. Hä? Die haben den Modus auch kaputt gemacht. Ey, jetzt mal ernsthaft, Chat. Die haben One-Shot kaputt gemacht, indem sie Impulsgranaten rausgenommen haben. Das war das einzige Ding, womit du Snipers kontern konntest, ne? Dann haben sie High-Explosive kaputt gemacht, indem sie die Chat-Packs rausgemacht haben, weil das war auch das einzige, womit du die Explosives kontern kannst, weil jetzt bist du einfach nur so fünf Raketen in deinem Maul. Und jetzt bei hautnah kann man nicht mehr bauen. So, die hätten ja wenigstens so wie bei One-Shot ein paar Mets reinmachen können, dass man sich so ein kleines bisschen protecten kann. Aber ich hatte keine Mets. Kann man bauen? War ich nur lost? Doch, man kann bauen. Ich habe nichts gesagt, Chat. Schneiden wir raus. Ich habe nichts gesagt. Die Runde dahin bekommen. Die war jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so überragend. Mann, nerv nicht. Ich weiß, dass ich den hässlichsten Skin habe, den es gibt. Weiß ich doch. Der Arme, Alter. Oh mein Gott. Der hat so gelitten. Komm, sterb nicht. Bitte sterb noch nicht. Bitte sterb noch nicht. Nice, One. Schön abgestaubt. Oh, get wrecked, Alter. Junge, Junge, Junge. Einfach ein Duo zerlegt. Fünf Kills schon. What? Einfach so fünf Kills? Okay, mal schauen, ob hier noch jemand kommt. Ja. Was willst du machen, hä? Wo war der? Wo war denn der? Oh, Mann. Oh mein Gott. Spaß. Ist da. Jungs. Bam, Junge. Jetzt werden die 200er verteilt. So ein Ding nämlich. Bam, Junge. Ich habe eine Spaß, eine Goldene. Du Loser. Ich kann nicht mal sprechen, Alter. Karma-Stelle wird kommen. Ich weiß es jetzt schon. Fortnite-Audio mal wieder on point, Leute. Get wrecked, Boy. Get fucking wrecked. Raus aus meiner Lobby. Goldene Spaß ist es. Ich sage es euch, wie es ist. Double Pump-Jet. Batz. Mit dem 220er. Ist das ein Sound-Bug? Oder ist wirklich jemand über mir und lädt auf? Da lädt jemand auf, oder? Ja, komm. Ja, danke dir. Wir machen auf einmal sicher hier, Chat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich choke. Ich choke einfach gegen die mit, keine Ahnung, 10 Kills oder so. Jo, nicht mein Ernst, Alter. Komm, wir landen da, wo 500 Leute landen. Wichtig. Ganz wichtiger Kill. Man muss halt so drauf sein mit der Pump, ne? Mit der Aufladbahn. Wenn du da nicht drauf bist, ist er einfach verloren. Die macht schon gut Damage, wenn du drauf bist halt, ne? Okay. Weiter geht's. Wo sind die Nächsten? Oh, in Meises. Wie ist er nicht tot, Alter? Oh mein Gott. Junge, Junge, Junge. Er kämpft einfach hier oben drin. Oh mein Gott. Get rekt, Boy. Bats. Oh. Richtig schmackhafter Loot, Leute. Richtig schmackhafter Loot. Jetzt hat er die Impulse mitgenommen, oder was? Nice, aber ich glaube, das war nicht der Richtige. Wir haben so einen nice Loot. Jetzt so gerne noch ein bisschen Minis oder so. Ich glaube, Minis wäre jetzt das Beste, was ich mitnehmen könnte. Jo, entspannt, ne? Wir haben jetzt die ganze City gecleared. Haben schmackhaft ein paar Kills gemacht. Acht Stück. Gott. Beschweren kann ich mich da eher weniger. Und ich muss schon sagen, ich vermisse die Pumps, die alten Pumps irgendwie. Die aufladbare Pump ist schon cool, aber die Combat Shotgun, das waren halt mal Zeiten, ne? Ey, aber ohne Scheiß, Leute. Das waren einfach die Combat Zeiten. Die waren anders heftig. Ich weiß noch, wie alle gesagt haben, yo, Combat schlechteste Shotgun. Richtig kacke, richtig kacke. Und dann mit der Zeit, das ist einfach eskaliert, Alter. Mit der Combat. Das ist einfach die beste Pump, die es gibt. Nach der Spass. Spatz. Wo ist dein Kollege? Da ist er. Puh. Goldene Combat. Ehre. Jo, aber meine Waffen? Anders heftig. Aber mit ein bisschen Aim hätte der mich so zerlegt jetzt. Nice, wir haben den nicht gefunden. Mit ein bisschen Aim hätte der mich so zerlegt, der Junge. Warte, ich schau mal ganz kurz, was meine Katze treibt. Jo, ein ganz müder bist du, ne? Jo. Oh, Baby. Jo, ein ganz ein feiner. Schaut ihn euch an, Chat. Ein ganz müder, ne? Jo, ein ganz müder bist du. Aber ich schreie jetzt gleich rum, wenn ich die Runde gewonnen habe. Jo, ein ganz ein feiner. Ganz müder. Jo, Baby. Jo. Und wieder eine Million Haare, Chat. Ich schreie aber gleich ein bisschen rum, wenn ich die Leute zerlege. Ich lege dich mal auf den Tisch, okay? So. Jo, ein feiner. Ein ganz ein feiner. Hier, Leute. Flips Cam. Jo, ich muss die Runde noch gewinnen, okay? Für die Likes. Ich habe dich für die Likes geholt, Flips. Damit ihr alle einen Daumen nach oben da lassen, die das Video sehen. Beziehungsweise die das Ding als Video sehen. Äh, moin Meisters. Was ist bei euch los? Oh mein Gott. Flips, dein Schwanz ist ein bisschen im Weg. Oh, Bro. Oh mein. Oh mein Gott. Flips, dein Schwanz, Bro. Mann. Ey. Ich bin so stolz, dass ich verstorben bin. Leute. Falls ihr das als Video seht, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Oder im Stream. Flips, das ist schuld. Juck dich nicht, hm? Schau mal, es juckt ihn kein bisschen. Sein Schwanz hier. Schaut in der Handcam. Es juckt ihn einfach nicht, Schat. Na ja. Grüße gehen raus. Danke an alle, die live dabei waren. Tschüss, tschüss. Hook jetzt. Ich... Lai. Tschüss. Schau mal.